Kapitel 4 Übung A5 Frühstück im Hotel Hören und lesen Sie den Text Das Frühstücksbuffet 70% der Menschen möchten im Hotel ein Frühstück in Buffetform. Das Frühstücksbuffet kommt ursprünglich aus Amerika. Auch Gäste aus Deutschland essen im Hotel gern ein englisches oder amerikanisches Frühstück mit Käse, Schinken, Wurst, Eiern, Tomaten, Obst und Joghurt. Im Gegensatz zu diesem reichhaltigen Angebot besteht ein Frühstück in Deutschland oft nur aus Kaffee oder Tee, Brötchen, Butter und Marmelade. In vielen Hotels kostet das Frühstück etwa 20 Euro. Im Hotel Adlon in Berlin bezahlt man 48 Euro. Doch der Service ist nicht immer gut. Manchmal gibt es auch in teuren Hotels beim Frühstück unfreundliches Personal, kalte Eier oder altes Brot. Und dann gibt es auch in den nächsten behaviors mit dem